das einzige was ihr dafür braucht sind zwei simple sachen ein löffel und ein eyeliner hier kommt der trick ihr haltet euch den löffel einmal ans augenlid beginnt von hier nach oben ranhalten eyeliner schnappen ich ziehe absetzen setzte hier wieder an und geht einmal runter ich finde es ganz toll wie aktiv ihr seid das war der tipp und eine von euch hat was für eine geniale idee da muss man erst mal drauf kommen findet ihr wirklich dass die haarfarbe komisch an mir aussieht falls ihr mehr videos dieser art sehen wollt lasst mich es wissen entweder in form eines daumens oder in form eines kommentares hier findet ihr übrigens mein letztes video das ist ein ganzkörper video in dem ihr mir tolle tipps gibt wie ich das vielleicht umstylen kann da erwartet euch noch was ganz ganz tolles also bis zum nächsten mal tschüss